Neues und lasse dich auf Neues ein. Halte nicht immer nur an Bekannten fest. Nur weil es unbekannt ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht gut für dich ist. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ein schönes Sprichwort vom Dorf. Und das ist so. Und deshalb möchte ich dich darauf hinweisen, beginne mit Dingen neu. Starte einfach mal was ganz Neues, was du noch nie zuvor getan hast. Überlege dir, was wollte ich schon immer mal machen, habe mich noch nie getraut. Was will ich machen, wenn ich morgen tot bin? Was will ich tun, bevor ich tot bin? Bevor ich morgen umfalle, zack, was will ich getan habe? Was will ich gemacht haben in meinem Leben? Will ich einen Berg beklungen haben? Will ich eine Rede gehalten haben? Will ich ein Video gedreht haben? Will ich geangelt haben? Will ich eine Bootstour, einen Führerschein gemacht haben? Was möchtest du gemacht haben, bevor du stirbst? Überlege dir das. Und sei dir bewusst, die Zeit rennt. Tu das, was du für richtig hältst. Und beginne etwas Neues. Beginne etwas Neues. Immer, immer wieder. timed